Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universal Sphere. Und ja, der aufmerksam Zuschauer wird es bereits erkennen, da zieht hier alles ein klein wenig anders aus als bei vorherigen Parts. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich am letzten Wochenende schon eine halbe Stunde aufgenommen hatte, theoretisch. Praktisch sah es etwas anders aus, da war es alles etwas fail und irgendwie bloß sieben Minuten aufgenommen und so weiter und ja, ich kann mal zusammenfassen, was denn in diesen 30 Minuten eigentlich passiert ist. Schweden hat uns einfach mal kurz nach Beginn so die Tüge erklärt. Hat, wie man sehen kann, ordentlich gewonnen. Hier so, ne, Skane und Bornholm und Cieland und, oh Gott, Mitte Irogand oder was, wie auch immer man das ausspricht, erobert. Ja, hier auf, ja, Fien sind dänische Patrioten entstanden und die Hanse hatte halt zwei Kriege gleichzeitig und konnte deswegen die dänischen Patrioten nichts durchschlagen, wodurch die gewonnen haben und viel zu uns übergelaufen sind. Und ja, wir sind im Grunde immer noch am Arsch. Wir haben hier fast minus 100 Prestige. Wir haben noch genau vier Provinzen, können im Grunde nichts mehr machen, weil ich hoffe, dass irgendwelche Provinzen, die wieder zurückbekommen, ist, äh, Wunschdenken. Und alles andere ist realistisch. Daher kommen noch Kohle, können uns eigentlich nicht viel mehr Militär leisten. Und ja, das ist auch meine Frage, ähm, ob wir dieses Let's Play beenden sollen, weil im Grunde kann ich nicht mehr viel machen. Ich meine, ich würde es auch bis zuletzt weiterspielen, bis zuletzt in Provinz und selbst die noch Eisern verteidigen. Das ist dann wohl leider nicht mehr interessant anzuschauen. Deswegen meine Frage, ob ihr wollt, dass es noch weitergeht oder ob es mit diesem Part endet. Schreibt es einfach in die Kommentare. Nichtsdestotrotz, lassen wir hier erstmal die Zeit weiterlaufen und tun so, als würde es weitergehen. Ah ja, und den Bündzen mit Braunschweig haben wir im letzten Part auch noch hinbekommen. Aber naja, schäden mir jetzt mit Grunträumen weiter. Oh, nein, da, ja, ja, schön. Oh, nein, da, ja, ja, schön. Oh, nein, da, ja, schön. Ich sehe, der Mecklenburg ist auch im letzten Park wieder entstanden. Hat jetzt seinen Polen auf dem Thron. Könnt ich Johann der Vierte Knieock oder irgendwie so. Jo. ... und wir sind nicht sonderlich beliebt. Ja, alle Fäden... ... machst du uns richtig, auch hier die Hanse... ... sonst, naja... ... geht so. Ich sehe, verbessere ich gerade meine Beziehung zu Frankfurt, warum auch immer. Ich weiß es nicht mehr, kann aber auf jeden Fall nicht schaden. ... sonst in Norwegen, können wir wieder ein Bündnis machen. Erst wieder 15.30 Uhr, ah ja... ... und bei uns war älter Rubel, das ist schön. Ich gehe mal unsere Armee angucken, okay... ... gehen wir uns mal in Pulverin... ... hier kriegst du in Bremen, das ist schön... ... jetzt weniger Rivalen... ... nehm mal auch Riesland rein... ... auch jemand unserer Dien-Rivalen, das ist schön für sie... ... aber die Hand ist so ein bisschen zerfallen in den letzten Tringen, aber immer noch... ... stark genug... ... und ich denke, wo ist jetzt seine Beziehung zu Braunschweig, okay... ... und ich denke, wo ist jetzt seine Beziehung zu Braunschweig, okay... ... und ich denke, wo ist jetzt seine Beziehung zu Braunschweig? ... sonst ist mir jetzt unseren Herrscher eigentlich hier... ... wohl... ... Blink wie den Ersten, über 41 Jahre alt, inzwischen... ... und er kommt Frederic... ... mit sau schlechten Werten, noch schlechter als die seines Vaters... ... ja, er hat das auch nicht ganz so geil... ... aber immerhin haben wir noch einen Zwei-Ständen-Ineral... ... wenigstens etwas... ... aber ja, wie schon gesagt, äh... ... wirklich viel machen... ... kann ich nicht, weil... ... keine Acht... ... aber was ich auf jeden Fall mal machen kann, ist... ... ah ne, es ist sogar noch geblieben... ... oh mein Gott, Bremer-Kerns-Vekrieg, aber das ist jetzt überhaupt mal egal... ... denn wir haben hier noch das erste Guard-Regiment Flavius-Hitus... ... ja, ich erinnere mich, das hab ich ja auch... ... gemacht in der Heimstunde, die... ... ihr nie zu sehen bekommen habt... ... ja, ich hoffe, er freut sich... ... soweit ich weiß, es tut mir ja dies jetzt Play... ... und ja... ... so eine kleine... ... Revontierung dafür, dass er mich... ... in sein, äh... ... Heart of Iron... ... Dax-Dower-1914-Mod... ... ein Schiff nach mir benannt hat... ... und ja... ... auf jeden Fall, wir sind jetzt hier so im Krieg mit Bremen... ... aber ich werde um aus Riesland-Helfer uns herum eigentlich aus Riesland... ... mit denen ist man nicht verbindet, aber okay... ... ach, es ist ein paar Seil von Braun, schweig auch so... ... okay... ... Bremen hat 6.000 Mann, ist ja schön... ... und ich bin jetzt sicher... ... ohne Riesland... ... wir werden über 1... ... ja... ... ja ja... ... das ist ... ... und das tische ist schon gut... ... das ist ganz gut... ... aber halt, der Meme macht hinaus nur 9,3%... ... ist über 8-8-6 vermerkbar... ... wo... ... noch gleich mal einen Siebteil... ... okay... ... und vielleicht schaffst du das aber nicht mehr zu Bremen durch, das ist natürlich auch geil... ... mal nicht mehr zu Bremen durch, das ist natürlich auch geil... ... und dann, wenn wir jetzt noch gegen Bremen verlieren, wäre es nicht traurig. ... weil die Leidenheit demonstrieren, dann könnte ich nicht lachen, Bremen. ... Na, aus Griechenland landet in Bremen, das ist schön. ... Schweden ist auch mal in Rebel, England, ja. Warum eigentlich? ... dann greife ich gegen Engl den 40-er Oberung von Derbe. Ja, die Ostfriesen sind immer wieder gelandet. ... in Bremen. ... machen kein Geld. Krieg steuern. ... und dann machen wir zumindest ein klein wenig Geld. ... Rauncher kommt halt echt nicht durch. ... du hast seine tollen 8000 Mann mit den 2 Sternen, die uns nicht helfen können. ... das ist schlecht. ... steh mal die Zeit ein bisschen nach oben. ... gönnen wir uns mal an eine Infanterieeinheit. ... und Alten drehen wir einfach mal an. ... ok, minus 2 Nachteile, das ist sowieso nichts. ... wir ziehen uns mal zurück. ... oh, beide aus Friese hilft. ... ja, gut, dann... ... hilft es trotzdem nicht, ok. ... bei der Bremen natürlich eine schlechte Moral hat. ... und die einfach eine schlechte haben, aber wir kämpfen trotzdem. ... sie müssen sich dann auch etwas in den Karpfen oder in den Karpfen haben und Größen zu tragen. ... und glaube so, dass man sich dann immer weiterentwickelt hat. Ich meine, wenn wir gemeinsam mit der russischen Armee angreifen würden, hätten wir, glaube ich, eine Chance. Ich frage mich mal, ob es hier passiert ist. Braunschweig sollte vielleicht mal hier irgendwie durchkommen. Das wäre sehr hilfreich. Ich glaube, dass ich mich nicht interessiert habe. Ich werde zumindest mal die Beziehung verbessern. Was passiert, wenn wir angreifen und helfen uns an der Ostfriesen? Oh ja, er hilft. Ich hoffe, dass er rechtzeitig kommt. Ja, er kommt, aber wir haben trotzdem die Verkehrungsmalus und wir verlieren insgesamt. Ja, die Tausende aus Riesen werden uns jetzt auch nicht reißen. Jo. Aber wir kämpfen zumindest ehrenhaft. Bis zum letzten Mal, wie man so schon sagt. Und wenn man das jetzt schön sagt, ist eine andere Sache. Nein, gehen wir da hin. Ja, komm, wir flessig, ja. Das ist ein Kredi-Aufnehmen und dann angegriffen. Jetzt sollten wir eigentlich einen Chance haben. Und wir verlieren wahrscheinlich trotzdem. Ja, wir verlieren. Ja, natürlich. Wir verlieren relativ knapp, aber wir verlieren. Oh, wir können die Technologie voranschweiten. Oh ja, wir haben die Technologie, das ist doch schön. Frühe Reformer. Ja, wir nehmen dann mal das Präzis. Denn unsere Kirche bleibt unabhängig. Ja, die Reformation. Ja, wie? Da breitet sich aus, hier, protestantische Glauben. Aber schon die Restrekturierten sind dabei. Britannia... Fortland da oben... Selbst... Konnach ist unten natürlich. Die Schweiz, die hat das irgendwie... Ja, so ziemlich immer. Ist hier unten nach der Vatikaner, das alles nicht. Ist das bitte, dass der Vatikan protestantisch ist? Das ist zwar nicht sein würde, aber er ist trotzdem miss. Das hat sich auch lustig. So, unsere 15.000 Mann sind wieder einsatzbereit. 2.000 aus Krisen sind da auch. Beziehungsweise gleich 3.000. Wie greifen wir doch mal an? So... Ja, aus Krisen willst du uns gleich mal helfen? Dann könnten wir jetzt gewinnen. Aber wir gewinnen auch so, das ist schön. Endlich mal wieder ein militärischer Erfolg für uns. So, ich habe jetzt auch schon Zeitpunkt. Aber wir müssen jetzt nichts mehr geben. Wir müssen jetzt noch ein Stimmen, wenn ich noch starte. Und mit dem Wettbewerb für uns. Dann müssen wir noch einen Stimmen dann noch lernen. Aber trotzdem haben wir die Stimmen. Ja, aber auch nicht. Ja, doch. Okay. Ok... Jetzt treffe ich wieder mit dem Unibog an! Ich bin jetzt wirklich ein Unibog mit dem Münster. Das ist schon mit dem Münster-Magnolisch. Das ist jetzt ein... Na, ich bin jetzt hier... Minuten... Nun... Oh, mein arme süßes Mecklenburg. ... oder auch Mecklenburg. Wobei ich mal finde, wenn man Mecklenburg sagt, klingt das einfach so, als würde man zu McDonalds gehen. Also, man geht nach Mecklenburg. Das ist, dass man das ECK bereits so spricht, als würde man zu McDonalds gehen. Das war total nasselig. Ich möchte nicht unbedingt einen Landleben so ausprobieren wie ein Passwort. Also, es klingt wie Mecklenburg, viel schöner. Leider sollen die meisten trotzdem Mecklenburg. Und nicht Mecklenburg. Naja, so ist das alles. Und jetzt kommt Thüringen und der Handsockel. Willkommen. Die Oberung von Holstein. Will ich dir noch ein bisschen Party erleben? Ich spüre uns jetzt aus, wie ich da selber hasst. Ist auch traurig. Die Parade kriegen ein. Das ist eine stabilere Regierung. Ja. Die 50 hat eine sehr tiefe Macht. Können wohl noch verlieren. Wir brauchen noch ganz schön lange, um hier mal voran zu schreiten. Ich hatte mehr als ich... ...eine kämpfte bei der Belagung des Heuschalers. Ich gehe noch nicht mehr vor. Ich gehe noch hin. Ich bin doch niemals rundherum. Ich gehe noch hin. Ich gehe noch hin. Ich bin doch nicht weg. Ich gehe noch an... ...dass ich mir hierher raus. Waffenstillstandes sind ausgelaufen, ok. Waffenstillstandes sind ausgelaufen, ok.